Hey Leute, hier sind wir bei einem Hip-Hop Tutorial mit Prince, mit mir. Heute habe ich wieder eine neue Choreo für euch. Wir fangen am besten gleich mit dem Warm-Up an. Einfach Füße hoch machen. Six, seven, eight. Up, up. Macht euch einfach locker. Die Arten ein bisschen locker dazu zu bewegen. Immer entgegengesetzt. Bam, 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 bam. Genau so. Und höher, höher, höher. Five, six, seven, eight. Das war's. Fangen wir gleich mit der Choreo an. Und zwar, wir stehen nun seitlich, also in der Diagonale. Kicken mit dem rechten Fuß nach vorne. Schließen. Und spring auf. Nochmal. Seven, eight. Kick. Schließen. Öffnen. Okay, nochmal. Six, seven, eight. Kick. Schließen. Und öffnen. Sehr gut. Jetzt gehen wir mit der Brust rein. 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 Genau. Wichtig ist, dass sich nur die Brust bewegt. Die Schultern kommen von selber. Nur die Brust. Da. Und da. Yes. Während wir nach hinten gehen, wippen wir noch ein bisschen mit dem rechten Fuß nach innen. Rein. Und rein. Gehen langsam nach vorne und dann schnell zurück. Langsam nach vorne und schnell zurück. Ja. Ja. Nochmal von vorne. Six. Kick. Und open. Und back. Und back. Sehr gut. Nochmal. Jetzt wiederholen. Six, seven, eight. Kick. Und open. Und back. Und back. Wichtig ist, wie gesagt, dass wir schnell back gehen. Langsam nach vorne. Schnell back. Jetzt kommt noch ein Step dazu. Wir sliden mit dem rechten Fuß nach hinten. Schließen. Und gehen über Kreuz. Nochmal. Und slide. Schließ. Über Kreuz. Okay. Nochmal. Five. Six. Five. Six. Seven. Eight. Boom. Boom. Okay. Das ist schnell. Six. Seven. Boom. 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 Noch ein langsamer. Und boom. 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 Öffnen. Und back. Und back. Und slide. Schließen. Über Kreuz. Und jetzt öffnen wir. Alles klar? Nochmal. Langsam. Six. Seven. Boom. 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 Und back. Und back. Und slide. Und schräg. Und öffnen. Und wir schauen richtig rüber. Wir werfen alles rüber was wir haben. Die Schulter geht nach vorne. Boom. Und nochmal. Langsam. Und. Kick. Schließ. Open. Back. Und back. Und slide. Und über Kreuz. Weg. Six. Five. Six. Seven. Boom. 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 Five. Six. Slide. Boom. 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 5, 6, 7, 8, boom, boom, nochmal, und go, boom, boom, okay, vom vorne, boom, 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 back, back, slide, boom, 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 up, up, nochmal, langsam, kick, und open, back, back, und slide, und überkreuzen, gucken, und hoch, hoch, wichtig ist, dass ihr hier einen rechten Winkel habt, wir wollen hier nicht hier unten haben, sondern hier oben, rechter Winkel, die Arme sind richtig, straight, okay, nochmal, 5, 6, 7, schnell, boom, 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 back, back, slide, boom, 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 up, up, okay, next step, wir sind up, up angekommen, Arme, wie gesagt, rechter Winkel, fest, jetzt machen wir, rüber und vor, nochmal, 6, 7, 8, rüber, vor, wichtig ist, dass wir nicht den hier machen, das ist jetzt nicht das, was wir wollen, sondern wir gehen zuerst links und dann vor, der Kopf folgt, und 6, 7, 8, links, vor, okay, 5, 6, 7, 8, links, vor, okay, ganz von vorne, 5, 6, 7, here we go, boom, 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 back, back, slide, boom, 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 auf, up, Kopf und, okay, Kopf und, wir gehen mit dem rechten Fuß nach vorne, rechts und, okay, nochmal, und rechts und, wichtig, die Arme dürfen nicht zumachen, wir machen nicht, boom, boom, das ist es nicht, Leute, echt nicht, Arme so fest halten wie möglich, Hand surf nach außen, und jetzt, rechts und, Ein bisschen geht der Arm schon mit, aber wir wollen es nicht so machen. Wir wollen es auf ein Minimum halten, okay? Nochmal. Ab hier und ab, ab, Schritt und nochmal. Und ab, ab, Schritt und okay. Ganz von vorne, langsam. 5, 7, 8, boom, boom, open und back und back und slide. Step, step, cook, up, up, gucken, vor. Okay, das Ganze schnell. 5, 6, 7, 8, boom, 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 back, back, slide, boom, 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 up, up, Kopf und okay. Nochmal. 5, 6, 7, 8, boom, 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 back, back, slide, boom, 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 up, up, Kopf und okay. Wichtig bei den Füßen am Anfang. Bewegt nur die Füße. Ihr macht Kick, schließen, open. Wir wollen nicht den hier haben. Und auch nicht boom, 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 da klopfen uns die Nachbarn an die Tür. Nee, Füße sind fest und der Oberkörper versucht auf einer Linie zu bleiben, okay? 6, 7, 4, 4, boom, 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 back, back, slide, boom, 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 up, up, Kopf und bam, Headbang. Okay, Leute, wir haben jetzt Handflächen, aber jetzt machen wir vor, es zu machen. Boom, okay? Der rechte Fuß geht nach oben, bam, und wir hauen kurz runter. Boom, rebound. Wir wollen nicht den haben. Boom, boom, bam, okay? Boom, als hätten wir einen Hammer in der Hand. Boom, nochmal. Und go. Boom. Und dann kurz in der Luft fliegen, okay? Der Fuß geht hoch, in der Luft fliegen, hinten Schritt, open. Und dann drehen wir uns wieder rüber, okay? Nochmal, und bam, Schritt, Schritt, drehen. Okay. Ganz von vorne langsam. Und boom, boom, open. Und back, und back. Back, und slide, step, step, rüber, up, up, rüber, schließ, bam, und step, step, rüber, okay? Diesmal schnell. 5, 6, 7, 8. Boom, boom, boom. Back, back, slide, boom, boom, boom. Up, up, Kopf und bam, boom, boom, boom. Hand, okay, ihr habt gesehen, ihr habt zwei Moves dazu gemacht. Wir sind hier angekommen, rüber. Der Arm schwenkt von hinten nach vorne. Und dann zeigen wir die Finger nach unten. Nochmal, 6, 7, 8. Rüber, zack, nochmal, 6, 7, 8. Rüber, zack, okay. Von vorne, go. Boom, boom, boom. Back, back, slide, boom, boom, boom. Up, up, Kopf und bam, boom, boom, boom. Hand, okay. Wir sind hier angekommen bei der Hand. Jetzt gehen wir auf, machen Slide rüber. Nochmal, die Füße und auf, rüber. Okay. 6, 7, 8. Auf. Wichtig, Leute. Ihr tut den Fuß nicht wechseln. Ihr macht jetzt nicht so und nehmt nochmal Anlauf, macht so und so. Sondern hier, ihr geht einfach nur rüber. Hinter, okay. Und hinter, okay. Hände kommen dazu. Und so, wir sagen, no, no, no. No, no, no. Okay. Arme sind hier, beide Arme gehen drüber und langsam. No, no, no. Sehr gut. Jetzt nochmal und dann einen Schritt weiter. 6, 7, 8. No, no, no. Jetzt machen wir einen ganz großen Kreis. Der Fuß bleibt. Ganz großer Kreis. Und down. Okay. Wir sind hier. Und. No, no, no. Großer Kreis. Und down. Ganz nach vorne. Schnell. 5, 6, 5, 6, 7, 8. Boom, boom, boom. Back, back. Slide. Boom, boom, boom. Up, up, Kopf und bam. Boom, boom, boom. No, no. Und bam. Okay. 5, 6, noch einmal. Boom, boom, boom. Bad, back. Slide. Boom, boom, boom. Up, up, Kopf und bam. Boom, boom, boom. Zeit. No, no und Pam Okay, wir sind hier angekommen No, no, no Boom, down Geht richtig down, Leute, richtig down, genauso Und jetzt springen wir auf Boom, boom, zuerst links, dann rechts, okay Nochmal Und boom, boom Das dritte Boom ist der hier, okay Ihr macht eine Faust Und ihr andere Arm, der rechte Arm geht hier hoch Nochmal Wir sind unten, 7, 8 Boom, boom, boom 5, 6, 7, 8 Boom, boom, boom Okay Von vorne, langsam, nachstellen 6, 7, 8 Boom, boom, boom Back, back Slide Boom, boom, boom Up, up, Kopf Und bam Boom, boom, boom Zeigen No, no, no Oben, tief Up, up, hoch Gleich einen Schritt dazu, sondern können wir es nicht durchtanzen Und zwar Und bam Und bam, okay Körper mal Auf geht Sam Und auf geht Sam Und die Füße Machen auf und hoch Und auf und hoch Und die Arme gehen auch nach außen Und zum Auf und zum Okay Das machen wir jetzt alles schnell 5, 6 5, 6, 7, 8 Boom, boom, boom Back Back Side Boom, boom, boom Up, up, up Und bam Boom, boom, boom Und tief Boom, boom, boom Zack Nochmal Nochmal 5, 6 5, 6 5, 6 7, 8 Boom, boom, boom Back Back Slide Boom, boom, boom Up, up Rüber und bam Boom, boom, boom Hand No, no Und tief Boom, boom Up Zack Zack Und drehen Okay Nochmal 5, 6 5, 6 7 Boom, boom Back Back Slide Boom, boom, boom Up, up Kopf Und zack Boom, boom, boom Hand No, no Und tief Boom, boom Boom Zack Zack Und drehen Okay 5, 6 7 Boom, boom Boom, boom Back Back Slide Boom, boom, boom Up, up Kopf Und bam Boom, boom, boom Hand Und Knob Und tief Boom, boom Boom Bam Bam Und drehen 5, 6 7 And Pan 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 Nochmal 5, 6 Hört auf die Musik 6, 7 Boom, boom Boom Back Back Slide Boom, boom Boom Up, up Kopf On Pam Boom, boom Boom Hand No, no On Tief Boom, boom Boom 10 Zack Und drehen Und drehen Und nochmal durch 5 6 5 6 7 Boom 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 Back Back Slide Boom Boom Up Up Kopf Und Bam Boom 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 Hand No No Auf Tief Boom 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 Zack Zack Drehen Okay Jetzt machen wir das im Anschluss Wir drehen Und sofort Kick und öffnen Okay 5 6 7 Back Back Slide Boom 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 Back Back Slide On 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 Und finish, Leute. Schaltet nächstes Mal wieder rein, wenn es heißt Hip-Hop Dance School mit Prince. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Geht's nochmal durch, schaut's euch nochmal an, wenn ihr was nicht gecheckt habt. Hört's auf die Musik, macht sie ganz schön laut, sonst kommt sie kurz raus, so wie ich. Und bis zum nächsten Mal. Schaltet rein, abonnieren nicht vergessen. Bye!